Renn doch weg! Nein, die sind nicht da, aber ich weiß, wo sie sich hin... Ich weiß, wo sie chillen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Let's Battle! Warum kopierst du bitte Dölits Intro? Ja, wir müssen noch beiden, in jeder Folge. Achso, stimmt, Brudi. Das hat jetzt eine große Rolle zu tun. Was? Nein, Brotkasten-Plays. Brotkasten-Plays? Ja, heute spielen wir mit... Heute spielen wir mit Brotkasten-Plays, a.k.a. El Humus. El Humus. Wir brauchen mehr Humus. Guck mal, auf welch ins Glück finden wir dann noch Eisen? Das wird mein. Wie gesagt, wenn ihr Creeper findet, alle töten, ne? Ja, die explodieren meistens bei mir. Ja, was ist los, mein Engel? Wollen wir uns auch eine Panzerfaust machen? Na ja, dann müssen wir uns trennen, das ist doof. Aber dann müsst ihr euch die in meine Fresse rahmen. Wir haben übrigens eine Abmachung. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und zwar gehen wir alle nach Hause. Und schwebt nicht mehr weiter. Du, Oma. Was? Hä, der Server lag. LoL. Bei mir läuft. Bei mir hast du gerade nicht abgehauen. Also ich habe zwar gesehen, dass ich... Ja, dann reconnect immer, muss ich letzte Folge auch machen. Nee, ich re... Nein, nicht in der Aufnahme. Nein. Oh, schweb, schweb. Das sind meine Favoriten. Das sehe ich nicht ein. Dann sehen sie so gay. Oh, komm, komm, oder was? Nein. Fick, geht nicht. Brazzers, das ist ein Brazzers-Aberer. Achso, sorry. Was farmt ihr jetzt eigentlich? Ich weiß, dass wir mega lachen, wenn wir jetzt Domsen sehen. Das ist ein Creeper. Töte ihn. Ich würde heulen, wenn wir Domsen sehen. Das ist noch ein Creeper im Pool. Töte ihn. Nö. Ich würde sagen, wir stripminen jetzt erstmal eine Runde. Jo. Domsen ist bestimmt auf irgendeinem... Ach ja, er hat ja das Problem mit der View-Distance gelöst, ne? Da, hier liegt... Ach nee, das ist Rottenflash. Ja, hat er mir vorhin gesagt gehabt. Ah. Ich habe vorhin... Hat er jetzt auf 200 gestellt? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall vorhin mit ihm das Skript für die nächsten Folgen ausgearbeitet. Und... Ja, scripted reality. Ja, das hier ist alles scripted. Auch, dass wir jetzt am Anfang dann... Wo bist du? Hinter dir. Das wir alle sterben, ist alles scripted. Also, das hier alles ist kein O-World. Lass mal in die Richtung gehen. Richtung Spawn. So genau, Oakwood. Weil wir das für die Waffen brauchen. Achso, kann man kein normales nehmen? Ne, wir brauchen Eichenholz. Und ich glaube, das hier ist auch Fichtenholz hier alles. Wenn wir Domsen sehen, renne ich. Ich renne einfach um mein verdammtes Leben. Aber diesmal kann ich auch rennen, weil ich Essen habe. Yay. Ich habe das Gefühl, wir sehen den gleich. Ich habe so das Gefühl, dass wir den gleich sehen. Oh ja. Ich habe auch... Die bauen sich bestimmt irgendwo ein Haus. Ja, ja, eine Villa Kunterbund und spielen am Pipi Langstrumpf, Alter. Pipi Langstrumpf. Pipi Langstrumpf. Hier ist ein Stoch. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Guck nach oben, guck nach oben, guck nach oben. Da oben sind die. Du siehst da oben. Ich bin doch nicht da. Guck nach oben. Renn doch weg. Nein. Die sind nicht da. Aber ich weiß, wo sie sich hin... Ich weiß, wo sie chillen. Dann macht ihr da einen Waypoint hin. Warum weißt du das? Ähm, weil da oben... Die haben ganz oben auf dem Berg einen Turm gebastelt. Siehst du das nicht? Siehst du das echt nicht? Ich sehe das noch nicht. Auf was? Du jüdest und spielst total. Jetzt spiele ich auf Fahler. Ich spiele auf 16. Ich spiele jetzt auf 16... Äh, auf 4 Fah. Hä, wo ist denn da ein Turm? Da, wenn du Richtung... Komm mal mit hier, komm mal mit hier. Wir gehen unten lang. So, ich bin jetzt 80 Mal im Kreis. Da ist sogar noch eine Treppe, eine riesige. Die sind hier bestimmt irgendwo. Ist das nicht irgendwie unsere alte Base, Dönet? Da ganz oben auf dem Berg? Direkt beim Spawn? Ich glaube nicht. Ja, das ist Dönets und meine alte Base. Echt? Ganz oben? So auffällig? Ja. Habt ihr das Baumhaus nachgemacht? Tut mir leid, stirbt. Nein. Nein. Du hast weniger Schuss als ich im Dings, also. Ich habe 2x30 Schuss, aber okay. Dönet auch. Ähm, komm mal mit. Ist das hier wirklich eure Base gewesen? Das Zuckerrohr. Nimm es mit! Nimm es mit! Tu es, tu es, tu es. Wir brauchen auch Leder, ne? Das ist die Stelle, wo Doms uns erschreckt hat. Also brauchen wir, also ist das da eure Treppe und alles? Ja. Also nicht unsere Treppe, aber Domses Treppe zu unserer Base. Okay. Die Treppe hat Domse gebaut. Also, aber ich habe voll Paranoia gerade, ohne Witz. Wir müssen immer noch ein Output suchen. Ja, wir suchen Eichenholz und dazu brauchen wir ja noch Kühe für die Bücher. Vielleicht bei eurer alten Base sowas gewesen? Ja, wir rennen gerade zu dir hin. Also da haben wir auf jeden Fall welche gepflanzt. Oh, Heiner. Blockhit! 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 Geht das noch? Ja, natürlich. Darf man das überhaupt? Ja, gegen Mops. Aber ich glaube, hat der nicht sowas gesagt. Ich mache Blockhits gegen Mops. Ich mache Blockhits gegen Mops. Ich glaube, es sagt man auch gar nicht. Blockhits gegen Mops. Hier, komm, da ist unsere alte Base gewesen. Dann waren wir ja gar nicht. Da hinten ist auch Zuckerrohr auf der Insel. Aber da bin ich irgendwie nicht überspringen. Hast du das Zuckerrohr mitgenommen? Ja, ich habe zwölf Zuckerrohr jetzt. Das reicht ja eigentlich. Ja, das reicht. So viel Eisen. Ich habe nur noch sechs Steaks. Ich fühle mich jetzt schon wieder, als ob ich gleich verhungern würde. Ich habe noch zehn. Ich muss noch was essen. Da, wir haben da Zuckerrohr angepflanzt gehabt. Warte, ich gehe da hin. Hier habt ihr euch verkämmt, ihr Wichser. Hä, hier ist ein Boot. Ja, Doms' Boot wahrscheinlich. Okay. Nimm es, nimm es. Da ist ein Creeper hochgegangen. Das war meiner. Ich habe auch mal einen. Aber nicht bei unserer alten Base, oder? Was? Das ist aber nicht der... Äh, wo seid ihr gerade? Wir sind bei unserer alten Base. Ja, wo der Creeper explodiert ist. Ja, ist das in der Nähe eurer alten Base? Ja, da sind wir genau jetzt. Okay, gut. Ja, dann sehe ich es nämlich auf der Karte. Weil da ist nämlich gerade voll die Creeper-Explosion auf der Karte. Ja, ich habe den hochgenossen. Mensch, du sollst sie töten. Ja, ich war zu langsam. Ich bin mit Lex. Und auf Normal. Hallo, was geht? Ich kann mir übrigens eine Rakete machen. Ja, mit meiner Panzer-Faust. Eine Rakete, so feuerwerksmäßig und so. Ja. Ich habe übrigens... Ach nee, das sind wieder falsche Saplings. Da ist noch mehr Zuckerrohr. Ich stelle mir das so richtig geil vor, wenn man einfach irgendwie so Domson gar nichts sieht. Wir haben uns alle so in Bergen versteckt. Einer zündet so ein Feuerwerk. Domson sieht das einfach nur so. Und dann haben wir vier Panzer-Faust-Schüsse auf ihn zu. Das wäre aber geil. Guck mal, was Domson mit unserer wunderschönen Base gemacht hat. Ey, ich sehe... Das haben wir schon gesehen. Ey, ich sehe die beiden da unten. Ich habe das zwei gesehen. Also ich konnte in die Dings reingucken. Ach so, ich dachte gerade, du hast gerade... Nein, Domson hat nicht gesehen. Habe ich gerade auch gedacht. Alter, ich habe das für doch lange dann gesehen. Ach da, da seid ihr. Hallo. Wow, ich kann euch ernsthaft sehen. Du siehst uns durch die Blöcke, oder? Ja. Du seid direkt über mir so gesehen. Ja, auch die Blöcke. Krass, Alter. Also es ist doch höher. Wer hat hier was angepflanzt? Das war jetzt hier. Ja, das waren wir, bevor wir runtergegangen sind. Ach, hier ist das Baumhaus. Guck mal hier. Wenn die da oben drin sind. Ich lache, wenn die da oben drin sind. Ich lache, wenn die da oben drin sind. Ich lache, wenn die da oben drin sind. Sind sie nicht. Aber ich gucke mal, ob wir hier oben noch irgendwas Sinnvolles haben. Oh, Saplings habe ich acht Stück. Du meinst jetzt einfach irgendwie zum Sammelpunkt mal zurück. Hier ist Leder drin gewesen, du Noteur. Oh, echt? Ja, dann nimm ich ein Hubs. Gut. Ich glaube, da... Oh, Creeper. Hinter dir! Okay, gut. Ah, ja. Ich habe nur noch vier Steaks. Das ist unglaublich, wie schnell ich Essen verbrauche. Sind das hier... Das ist alles hier... Rennst doch immer wie so ein Bekloppter. Das ist Bruce Wood. Ähm, ich bin wieder bei euch. Ich bin gerade beim Ausgang. Toll, wir finden den Ausgang nicht im Fall. Du bist falsch gelaufen, oder? Äh, ja. Du bist... Du bist... Du kommst wirklich hoch gerade. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oh, ich bin fast reingeschnallt. Ich habe so Angst, dass wir Domse und Alex... Da oben! Da oben, da oben. Domse und der Alex? Hast du Angst vor Alex? Domse, ja. Und Yannick. Wo ist... Was ist da oben? Da, was ist da oben? Das ist da! Wo mein Megaskills... Oh mein Gott, das Holz! Ja. Wo ist es da? Aber einer nur. Oh! Mann, renn doch in meine Acken. Hier sind noch mehr in die Richtung. Ja, bau den doch jetzt weiter ab. Bau du den doch ab, du Spasti. 2, 94, 11. Sei ganz ruhig, du. Sonst mache ich dich kaputt, Junge. Willst du nicht wieder einen Livestream ankündigen? Ach ja. Ähm, für... Die Folge ja hier kommt ja jetzt... Ach nee, der Stream war schon. Der war gestern. Der Stream war schon gestern. Ihr habt den schönen Stream verpasst. Kommst du mit, Dillit? Ja. Da unten sind... Da unten sind ganz viele Eichen. Doch wie komme ich jetzt da hin? Ich bleib dabei, wenn ihr die beiden auch nur einmal seht, lauft einfach weg. Nein, wir töten die. Nein! Wir haben mehr Panzerfeister als die. Ich kann auch, dass Dillit stirbt und ich dann auch noch ein Leben habe. Hä? Ja, aber wir leben dann noch. Immer trotzdem. Wir leben dann noch. Wir müssen noch Kühe finden. Da hinten ist ein Schwein. Das ist auf jeden Fall was zu essen. Ich hab doch Leder. Ja, aber ist das genug? Wir brauchen doch... 2. Wow. Wir brauchen ein Buch. Ja, also braucht ihr ein Leder. Mindestens ein Buch. Also für den Enchantment Table. Achso, echt? Ja, sowieso. Du brauchst ja noch Airbücher für hier... Ach, du weißt schon. Geil. Hab ich einen Apfel? Ja, ich hab einen Apfel. Goldapfel. Die Bibliothek. Oh mein Gott, ist diese Hülle riesig. Koteletts. Das ist was sie sagt. Das ist was sie sagt. Hallo? Ich hab so Paranoia gerade, ohne Witz. Das ist nicht lustig. Ich hab so keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin... Ich auch nicht. Komm, ich nehme jetzt so viel Holz mit, wie ich kann. Da ist noch ein Schwein. Wie mach... Wie sehe ich das? Wie brauche ich denn für ein Buch? Wie mach ich denn nochmal ein Buch? Äh, Holz. Naja, drei Seiten. Da brauchst du den Zuckerrauch für und... Leder. Ah, ein Leder nur? Ja, ein Leder nur. Ein Leder nur. Ich hab zwei Schießpäuber übrigens. Mann, hier war ich doch gerade. Keine Ahnung. Ich hab auch eins. Ich komm' ich zurück. Ich komm' ich zurück. Ich weiß es nicht. Hier war ich auch schon. Das ist schlimmer als... Keine Ahnung. Aber ich hatte... Selbst ich hatte Probleme, der sich eigentlich ganz gut auskennt in Hüllen. Hatte Probleme, mich zurechtzufinden. Soll das jetzt eine Anspielung auf sein Sexualleben sein? Ah, super. Hey. Jetzt sagt mir bitte nicht... Das hat man schon wieder geleckt. Sagt mir bitte nicht, dass ihr beide euch jetzt verlaufen habt. Ah, hier. Hier hinten. Hier lang. Hier geht's rein. Wollen wir den ganzen Baum jetzt hier... Den ganzen Wald hier absägen? Ich wäre mal dafür, dass wir ein Schild da machen. Einfach so ein Schild machen. Da geht's lang. Küche. Döli, die Kochen-Nutte. SSIO. SSIO. Also ich hab jetzt über ein Stack an Eichenholz. Reicht das? Denkt ihr das? Denkt ihr das reicht? Über ein Stack an Eichenholz? Ich hab 39 auch noch dazu. So, ich hab jetzt eine Rakete. Komm, die vier nehmen wir hier noch mit. Wir wissen ja, wo wir jetzt hin müssen. Und Domson. Was zum... Ich hab die grad geladen. Was zum... Was sagst du vor? Geh weg. Ich hab gar nichts. Geh weg. Aber das ist okay. Ah, jetzt. Okay. Noch nicht. Okay. Ich merke, wenn du dich damit verdrückst, dann zieh bitte auf Alex. Das ist mein Plan. Halt den Zaun. Wenn du dich mal verdrückst. Falls ich mich verdrücken sollte. Nee, du sollst dich nicht verdrücken. Du bleibst schön bei mir. Scheiße. Ich mach dich noch. Also ich hab jetzt fast zwei Stacks an Eichenholz. Ich hab gleich eins. Das reicht, oder? Na, guck mal hier. Es bleibt schon raus. Tschüss. Jo. Tschüss. Muss wieder reconnecten. Kommst du? Oh man, oh man. Wo ist der denn? Ach da. Immer diese Probleme. Oh, ich bin müde. So. Essen oder so ist nicht hier. Hallo, da ist noch ein Äpfelchen. Hi. Hallo. Na? Ich hab so Angst vor den beiden. Das ist unglaublich. Die machen doch nichts. Nein, wenn die uns sehen, dann... Oh Gott. Ach ja, ich weiß ja, wo deren Base ist. Ähm... Die haben nicht mehr einen. Zack. Ach komm, ich lösche den Punkt jetzt einfach. Das fällt mir grad nochmal ein. Ähm... Waypoints. Base. Off. So. Gelöscht. Oh, das hier bin ich ausgestellt, sag ich so. Hier bin ich verreckt, als ich vor Dom so weggelaufen bin. Oh. Oh, nicht so blöd war, um alles mitzunehmen. Oh. Wir können doch mal von oben gucken, ob wir vielleicht irgendwas sehen. So, die Küche ist jetzt voll. Jo. Da dies... Da dies wunderbar. Da porscht nix mehr. Da oben wär auch ganz cool, oder? Da drüben auf dem Berg. Jetzt holt's. Da drüben auf dem Berg wär auch ganz cool, oder? Alles ist ganz witzig. Nur hier, die Gegend ist gerade cool. Ich könnte auch schwören, dass die hier vielleicht ihre Basis aufgebaut haben, irgendwo. Da oben, oder so, in dem Berg. Wenn mich der Weltplan nicht hingeführt hätte, hätte ich es auch so gefunden. Wo bist du eigentlich? Immer noch vor dir gewesen. Ach, da bist du? Ja. Ich hab jetzt n Schädels gemacht. Ist gut so, wie's meistens am wenigsten vor's lang geht. Mal gucken, ob das find ich. Hier dann. Wo gehst du hin, Dölid? Keine Ahnung, wo ist denn der Eingang? Ja, komm mit. Ich glaub, ich mach auch mal ein paar Schilder. Dann lass wieder reinkommen. Ja, ohne Witz, ey. Das hier unten ist echt abartig. Ja, das ist ne Fackel. Also ich hab jetzt aber nur noch zwei Euro auf dem Ende. Ja gut, dann machen wir jetzt noch uns den Rest und dann... Ja, dann... Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ja, guten Tschüss. 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 Tschüss.